Ich habe einen Spitz dabei mit den Fotografen. Und wir haben ein Kind direkt von Uni Credit. Ich habe mich so genervt. Wir brauchen Geld für diesen Flyer. Haben sie gesagt, sie geben uns nichts. Aber wir könnten sie den direkt bekommen. Schön. Die Uni Credit von Monaco erhalten Sie gratis die Reproduktion des Geldeskates. Sie sagen, sie haben sich nicht mehr als Geldeskates. Sie sind in der Schweiz. Sie sind in Deutschland. In Deutschland sind sie die deutsche Geldeskates. In Deutschland sind sie die deutsche Geldeskates. In Deutschland sind sie die deutsche Geldeskates. Vielen Dank.